Leute, also diese Folge wieder geknutscht bis zum Get-No. Hallo Freundinnen des Guten Geschmacks, ich bin Sylvie und heute gibt es eine neue Analyse-Folge von Princess Charming. Folge Nummero 4 und ich weiß nicht, ob ihr euch an die erste Folge erinnern könnt, wo angeteasert wird, wer noch in dieses Haus einziehen wird. Mehr sage ich jetzt erstmal gar nicht als Appetizer, die letzte Folge war wild genug. Wenn ihr die ganze Folge nochmal nachschauen wollt, könnt ihr das sehr gerne auf RTL Plus. Der Link dazu ist in der Infobox und ich habe mein Herz auch wieder richtig aufgehängt. Also ich weiß nicht, manchen Leuten ist es aufgefallen, einigen auch nicht. Es hing wirklich auf Halbmast, die letzte Folge. Ich habe es erst im Schnitt gemerkt und dachte mir, toll, Sylvie, dein Herz hängt auf Halbmast. Möchte mir das Leben etwas sagen? Ich weiß nicht, wie die das machen, aber jede Folge ist bisher eine Steigerung. Und auch dieses Mal habe ich mir meinen heiß getränkter Ball gemacht und heute wieder in der Wölkchen-Tasse. Weil es heute wieder traumhaft wird. Übrigens, falls ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert habt, ist eine Empfehlung des Hauses Casa Carlson. Kann man machen. Seid ihr bereit? Gut, wir gehen rein. Ah ja, übrigens, der Shipping-Name von Daisy und Elena ist am Ende Delayna geworden. Wobei ich persönlich hätte Daisy-Lena besser gefunden hätte. Mich hat es auch ein bisschen an Vampire Diaries erwartet. Jetzt ist Daisy ja gar nicht mehr drin. Aber, Leute, es gibt eine Wiedersehensshow. Wir wissen nicht, was danach passiert. Deswegen, better prepared than sorry, ne? Ich glaube, Elena wusste aber gar nichts von dem Auszug von Daisy. Die hat da so eine eigene Sache draus gemacht. Er ist zu verarbeiten. Wird auch klar. Mir fällt es schwer, meine Gefühlslage richtig zu beschreiben. Aber etwas erleichterter als gestern. Weißt du, ich glaube, ich hätte mir einfach gewünscht, dass im Vorfeld nochmal so kommuniziert wurde. So, hey, willst du eventuell mit mir zusammengehen? Ja, Elena wäre, glaube ich, gerne mit Daisy wirklich gegangen. Ich glaube, so ein bisschen jetzt, wo ich meine Woche darüber nachgedacht habe. Als würde ich an so nichts anderes denken, ne? Ich kann mir einfach vorstellen, dass Daisy komplett Angst bekommen hat, weil sie gemerkt hat, meine Theorie, dass sie mehr Gefühle für Elena hat. Aber, dass sie eben nicht der Arsch sein wollte am Ende. Also, deine Wahrnehmung war jetzt als in einem eher eine Tendenz, dass du dich übergabst? Ich glaube, das ist einfach so das Gefühl, weil ich halt richtig gerechnet habe oder mir das einfach gewünscht hätte, was von oben vorher. Das ist meine, so eine Umarmung oder so. Ja, genau. Weil natürlich auch schon eine gewisse Verbindung zu Madeleine aufgebaut wurde und es ist natürlich auch offensichtlich gewesen, dass Daisy die Favoritin war von Madeleine. Ich kann mir vorstellen, dass sie dann einfach gesagt hat, sie geht jetzt alleine und will auch nicht noch Elena, die auch eine Verbindung zur Princess hat, auch noch mitnehmen, weil sie a, überfordert war und b, weil sie natürlich auch in dieser Position der Favoritin war. Da kann ich mir schon vorstellen, dass der Druck einfach immens war. Und sie hat ja auch gemerkt, dass sie Madeleine damit verletzt hat und so. Und noch mal dazu meinen Senf, aber trotzdem natürlich kacke, dass sie dann auch nicht mit Elena das irgendwie besprochen hat, ne? Also ... Irgendwas. Ich meine, sie wusste ja auch, ich habe halt auch irgendwo eine Anziehung zu Madeleine, wahrscheinlich auch so Piss wegen, ne? Also, bis du mir so wusst, dass du denkst, ja, okay, maximal zwei Wochen kann ich sie jederzeit wiedersehen. Oder ist es, dass es sich so anfühlt, als wäre das so ein Abschied jetzt gewesen? Schon irgendwie eher so ein Abschied. Daisy hat mir die Entscheidung schon in dem Sinne einfacher gemacht, weil ich jetzt Freiraum habe. Ja, das ist schon hart. Also, ich glaube, ich wäre auch enttäuscht. Ich kann mir vorstellen, Daisy wollte das auch genauso, ne? Dass sie nicht verantwortlich dafür ist, dass Elena jetzt auch geht, sondern dass sie da jetzt freie Bahn hat und das testen kann. Ja, und im Endeffekt werden wir am Ende sehen, was da rumkommt, ne? Kommen wir mal zu den anderen zwei Turteltäubchen. Ich glaube, da gibt es nicht so viel Drama, weil da gibt es ja kein echtes Dreieck. Weder Rahel noch Maria haben eine großartige, romantische Verbindung zur Madeleine. Bist du angespannt? Ja, ja. Maria ist eine unglaublich tolle Frau. Wir kennen uns auch erst eine kurze Zeit. Da stand jetzt Braucht Sicherheit in einer Beziehung. Unten drunter in der Bauchbinde, da frage ich mich, wer denn keine Sicherheit in einer Beziehung braucht. Ist das nicht das, worauf eine Beziehung aufbaut? Oder täusche ich mich da? Am Ende des Tages, aber ich spüre eine Verbindung zu ihr. Und bei den beiden war der Shipping-Name total eindeutig in den Kommentaren, nämlich Marielle. Fand ich schön. Ja, aber du willst, willst du um jeden Preis bleiben? Nein, nicht um jeden Preis. Aber du willst bleiben. Ich, ähm... An sich bin ich da auch tausend Prozent, dass ich sage, ich habe weiterhin total Lust, die kennenzulernen. Und es ist, ich schließe es auch immer noch nicht hundertprozentig aus, dass man einen Crush auf sie entwickeln könnte. Ehrlich? Autsch. Es wird mir immer unwahrscheinlicher, das sage ich. Bussi, alles, wer vorher rufen kann. Das war ja nix. Das war ja... Ohne Scheiße. Naja, da war ja schon mehr als dieses Bussi, ne? Noch viel gekuschelt, viel sich angeguckt, viel geredet, viel näher gehabt. Etwa nur die Kirsche auf der Torte. Ja, und Madeleine dachte sich, sie kommt jetzt einfach rein und stürmt den Laden, weil... Du, man kann jetzt ja auch mal ein bisschen gucken, was da eigentlich in der Villa abläuft, ne? Ich habe mir überlegt, dass ich heute ein bisschen Zeit mit den Frauen in der Villa verbringe, weil ich den Eindruck habe, dass so viele Frauen als auch ich das einfach mal brauche. Richtig gut, dass die Prinzessin jetzt mal mit uns mehr Zeit verbringt. Ich kann auch gleich hier schlafen. Wir können eine Pyjama-Party im Anschluss machen. Melanie is all in. Irgendjemand hat auch bei der letzten Folge in die Kommentare geschrieben, Melanie ist auch total underrated und ich stimme dazu. Ja, und da wir ja wissen, dass Lichtschutzfaktor wichtig ist, ne, wird die Madeleine jetzt eingecremt. Und unsere liebe Lille hat gesagt, I volunteer als Erste. Wenn jemand meine Hilfe braucht und nicht an ihren Rücken kommt, dann bin ich natürlich gerne für sie da. Da kommt sie auch nicht ran, ne? Falls ich noch mal wo eincremen möchte. Ja, tatsächlich hier so. Wenn ihr das nix ausmacht. Du, man macht das Ganze aus. Flirty, flirty, flirty. Wie geht's dir nach gestern? Das wird jetzt ein interessantes Gespräch. Ja, wie geht's dir nach gestern? Boah, ja, ich muss da auf jeden Fall einiges verarbeiten. Das ist total verständlich. Crazy. Du hast vielleicht gestern auch gemerkt, dass ich mit meiner Antwort gezögert habe. Ja. Ähm, das ist einfach aus dem Grund, weil ich da total nach Brauch gefühlt bin. Und ich wusste bis zu dem Zeitpunkt einfach nicht, okay, geh ich oder bleibe ich? Ähm, ich finde dich so toll. Du bist so eine, du bist so ein schöner Mensch, so tiefgründig. Und ich weiß, da steckt einfach so viel in dir. Und ich hätte das irgendwie nicht in Kauf nehmen, könnte ich da einfach gehen zu lassen quasi. Hä, aber was hat das denn jetzt mit dem Gezögert zu tun? Also Leute, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas übersehe, aber es ergibt für mich gerade irgendwie keinen Sinn, was Alayna sagt. Also warum hat sie gezögert? Weil Madeleine so ein toller Mensch ist und dann hat sie es nicht gekonnt. Hä? Check ich nicht. Ich würde schon sagen, dass zwischen Alayna und mir sehr viel Tension im positiven Sinn ist. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass da eine kleine Stimme hinten bei mir am Kopf ist, die ein bisschen auf Vorsicht geht. Ja, ding, 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 würde ich aber auch. Zu Recht, finde ich tatsächlich. Ich sehe das einfach als Chance, um unsere Connection einfach noch mehr zu intensivieren. und ich merke auch, dass es wird. Also das wird im Sinne von, ich weiß, dass so viel auch rauszuholen und ich bin mich sehr zu dir hingezogen. Deshalb, nee, bereue ich das nicht. Hat sie das jetzt gefragt, ob sie das bereut? Manchmal werden ja auch Sachen weggeschnitten aus dem Gespräch. Ich wäre sehr froh, dass du gewesen bist. Ich bin geblieben. Danke euch auch. Ich muss sitzen. Komm, ich zeige dir die Toilette. Tja. So, Melanie zeigt mal dir die Toilette, ne? Perfektro. Danke dir, ne? Wie geht's dir denn? Wie ist das für dich hier so zu sein? Schön. Ich bin, ja, voll entspannt. Oh, danke. Nur das. Huch. Willst du mit mir rumknutschen hier im Bad heimlich? Willst du mit mir rumknutschen hier im Bad heimlich? Richtig direkt, ne? Heimlich, ja. Wer hat's hot? Ich shipp das irgendwie, Leute. Ich glaube, wir hatten schon die ganze Zeit so ein bisschen, ne? Also Melanie hat sehr schöne Lippen. Sehr weich. Hot. Ja, 100% hot. Sehe ich genauso. Der erste Kuss war schön. Und ja, ein zweiter wäre auch schön. Melanie so all in, ne? Fehlt jetzt ein Kuss eigentlich hier? Nein. Nein. Wie hört ihr das? Ich glaube, bis jetzt immer nur noch einen Kuss. Nee. Gab eigentlich schon drei Küsse. Mit Desi und Madeleine, Rahel und Maria und jetzt Melanie und Madeleine. Das war eine sehr sexy Toilette. Ja, nein. Und dann redet Madeleine endlich mit Nina, ne? Also ihr wisst ja, vor der letzten Folge... Kuschelst du gerne? Ja. Ja? Okay, gut, ich liebe Kuscheln. Wenn ich eine Freundin von Madeleine wäre, würde ich ihr mal raten, ein bisschen Zeit mit Nina zu verbringen, weil mein Bauchgefühl sagt da, ja. Sehr runterkuschelt. Möchtest du kuscheln? Ich, ich, ja, ich möchte gerne kuscheln. Komm in meine Arme, Prinzess. Süß ist das. Mit Nina zu kuscheln war schön. Und ich wusste einfach schon, dass die Kuschel-Einheiten gut sein müssen, weil sie so gute Umarmungen gibt. Ich bin ja so ein, ich rede mit Pflanzen oder mit Tieren so ein bisschen. Und rede dann auch manchmal so. Sag ich, ach, hi, du wieder. Nina ist voll die Favoritin von mir, weil ich persönlich habe das Gefühl, dass Madeleine bei Nina sich immer so safe fühlt. Zumindest das, was jetzt so rüberkommt, dass sie so am meisten sie selbst sein kann, wenn mir ich das überhaupt beurteilen könnte. Aber ich habe so das Gefühl, die lässt da so mehr raus irgendwie, was vielleicht nicht bei jedem Platz finden könnte. So ein Gag. Ich habe einen Kater. Also zu Hause rede ich mit Igor die ganze Zeit. Ich habe auch ganz oft das Bedürfnis, den von der Arbeit aus anzurufen und zu fragen, na, ist gut, soll ich noch was einkaufen? Brauchst noch was? Ich kenne das so gut, ne? Bei meinen zwei Katern ist das auch so. Bin ja eine Helikopter-Mom. Habe ja alles Mögliche, um zu checken, ob es denen gut geht, wenn ich nicht zu Hause bin. Ich oute mich. Und da muss ich ja wirklich sagen, ich hätte das auch gerne, dass man sich wirklich mit denen auch connecten könnte, wenn man nicht so vor Ort ist, wenn man mal telefonieren könnte. Ja. Manchmal mache ich mich auch lustig über die beiden und sage so, wenn ich gehe, ey Leute, bitte diesmal keine Hausparty mit den Nachbarskatzen, ja? Und wenn ja, räumt so gut auf, dass ich davon nichts mitbekomme. I mean, that's a crazy cat lady life and we love it. Würde ja nicht ins Telefon gehen. Süß, finde ich die beiden. Kann ich verstehen. Nein, ich gehe auch nicht gerne ans Telefon, das stresst mich, wenn ich einen Anruf bekomme und ich den nicht erwartet habe. Genauso wie Türklingeln. Aber wie ist es generell mit Spontanität? Spontanität? Mega. Ja? Ich bin tatsächlich sehr spontan. Das finde ich gut, weil mir fällt Spontanität ein bisschen schwer. Aber ich bin total offen, aber ich brauche, glaube ich, bei sowas auch beim Thema Reisen tatsächlich. Okay. Wenn jemanden, der mich sehr in die Hand nimmt, aber ich bin auf jeden Fall offen dafür. Ich nehme mich gerne in die Hand, was das angeht. Das finde ich schön. So, und jetzt kommt ein Brief reingeflattert, Leute. Und ich sage es euch, ab sofort geht die Post ab. Die Luzi geht ab. Beziehungsweise die Elsa, aber naja. Liebe Madeleine, heute wird der Spieß umgedreht und du wirst auf ein Date eingeladen. Verlasse jetzt die Villa und mache dich bereit für ein Dinner. Can you imagine what will happen? Und wer? Wir wissen es schon, oder? Ihr wisst es schon. Ihr könnt es doch ahnen, Leute. Alright. Ich dachte mir, ich mache mir jetzt einfach mal parallel ein bisschen fresh fürs Date, so wie Madeleine, weil ich tatsächlich nämlich dann auch ein Date habe. Und tatsächlich kommen wir da auch schon zum heutigen passenden Sponsor des Videos, und zwar Hinge. Hinge ist eine Online-Dating-App und diese Dating-App wurde kreiert, um sie zu löschen. Ich weiß, dass viele Leute, die diese Videos hier gucken, queer sind oder aber auch manchmal ein bisschen strugglen. Vor allem die Frauen, die sich irgendwie nicht so ganz sicher mal sind, ob sie denn so ganz hetero sind. Und ich kann euch sagen, dass man auf Finch auch sehr gut queere Leute kennenlernen kann. That's a big goal. Naja, es gibt halt so ein paar Sachen, auf die achte ich halt, bevor ich überhaupt ein Date habe. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, worauf ihr so achtet. Das ist zum Beispiel die politische Einstellung. Wenn da unpolitisch steht, bin ich raus. Und ich sag's euch, wie es ist. Feministische Einstellung ist bei mir bare Minimum. Was bei Hinge halt auch mega cool ist, ist, dass es so Sprachnachrichtenfunktionen gibt. Auch schon im Profil. Ich persönlich gehe ja total auf Stimmen ab, ne. Wenn jemand eine schöne Stimme hat, dann hat der bei mir eigentlich schon gewonnen. Dann habe ich Interesse. Direkt. Weil ich einfach ein auditiver Mensch bin, Leute. Und ich muss auch sagen, ich schnack nicht so lange, ne. Ich möchte mich eigentlich relativ zügig treffen, weil aufgrund meines ADHS kann ich halt leider das Interesse nicht so doll aufrechterhalten. Für so eine lange Zeit auf Online-Plattformen, wenn ich die Person gar nicht kenne. Da sinkt mein Interesse einfach rapide wieder in den Keller. Deswegen trifft ich mit mir. Aber schnell. Und wenn ich so einen Tipp geben müsste, auf was ich so achte beim ersten Date, dann ist es auf alle Fälle auf mein eigenes Gefühl. Auch wenn das jetzt egomäßig klingt. Finde ich bei Bobe gar nicht, weil es ist das erste Date. Man kennt es ja gar nicht. Bin der anderen Person gar nichts schuldig. Wir schmeißen das People-Bleaser-Syndrom einfach mal hardcore über Bord, Leute. Leute, also fühle ich mich wohl. Bisschen aufgeregt. Ist ja auch voll okay. Da merkt man, ah, vielleicht finde ich die Person gut. Fühle ich mich einigermaßen sicher. Oder habe ich diese ganz krassen Schmetterlinge, wo ich gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Weil das tatsächlich, liebe Freund in der Sonne, ist meiner Meinung nach ein kleines Warnzeichen. Vom Bauch an euer Gehirn. Trau ich jetzt noch Wimperntusche? Na komm, wir haben noch einen Putz heute. Ich liebe das ja auch, mich so ein bisschen fertig zu machen für Dates, ne. Es ist aufregend, es gibt Dopamin. Was macht man jetzt beim ersten Date? Im Zweifel dann doch einfach der Spaziergang mit Getränk. Ich finde ja, Essen ging ganz schlimm am ersten Date. Das ist mir zu steif. Nee, da kann man auch nicht weg. Da muss schon irgendwas Lockeres her, finde ich. Zum Schluss mein Signature-Duft. Wenn ihr Bock habt, ladet Hinge runter. Damit werdet ihr auf alle Fälle ein paar gute Dates haben. So und jetzt, Leute, kommen wir zum Madelines-Date. Ich weiß, ihr wartet schon alle. Es ist echt voll ungewohnt, weil ich die Kontrolle jetzt ja gar nicht habe. Es ist auf jeden Fall spannend. Guck mal, Madeline und ich haben ähnliche Lidschatten drauf. Toll. Ja, Leute, habt ihr erkannt, wer da steht? Ja, ne, oder? Da wird aber auch was aufgefahren jetzt. Das ist brutal. Also bei Steffi und Melli wurde das nicht so aufgefahren, ne? Hallo. Hi. Da ist sie. Ganz schöner Auftakt hier für dich. Elsa ist wieder da für die Leute, die sie nicht kennt. Elsa war in der ersten Staffel schon Teilnehmerin. Und sie war im Finale, sie war die Favoritin. Mit Lou war sie im Finale. Und ja, also ich glaube, Elsa polarisiert total. Na, du? Madeline. Elsa, freut mich. Ich auch. Das ist so krass, Leute, ne? Dass sie die einfach wieder reingeholt haben. I cannot believe it. Ich bin wieder da. Ich bin Elsa. Ich bin 24 Jahre alt. Und ich komme aus Berlin. Und dann auch noch mit so einem großen Kabums, ne? Ich habe die große Liebe immer noch nicht gefunden. Deswegen bin ich wieder hier. Ich muss wirklich den RedakteurInnen in dem Fall wirklich mal Props hier geben. Was habt ihr bitte für ein geiles Storytelling drauf? Neue Runde. Ich bin richtig, ich bin richtig impressed. Wirklich. Das ist nämlich gar nicht so einfach, das alles so einzufädeln, dass das auch aufgeht. Und das mit Daisy, boah, das ist schon krass gewesen, dass die gegangen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Elsa nicht jetzt hätte einziehen sollen. Das ist meine Theorie. Aber dass sie es jetzt halt gemacht haben, weil Daisy weg ist. Und jetzt muss was passieren, was die Stimmung wieder hochzieht, ne? Ich kenne mich vielleicht schon aus der ersten Staffel Princess Charming. Ich muss sagen, dass die Gefühle leider nicht so stark sind zu dir, dass ich mir eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann. Mit der Liebe nach Princess Charming. Ja, es war erstmal so eine kleine wilde Phase, die gefolgt ist, sag ich mal. Die Sturm und Drankenphase, wer kennt sie nicht, ne? Ich bin, ich glaube, schon so sehr viel ruhiger geworden. Die Elsa macht nämlich jetzt Yoga. Nicht mehr so die wilde Elsa. Die gibt es noch. Aber sie ist super versteckt. Sie kommt ganz selten raus. Wie die Princess auf mich reagieren wird, ist ein relativ großes Thema für mich, weil sie hat ja ein Bild von mir, was man gesehen hat. Das meinte ich mit dem Polarisieren, ne? Und dadurch, dass ich mich aber sehr verändert habe in den letzten Jahren, ist es, glaube ich, vielleicht sogar schwer, sie nochmal wegzuholen von diesem Bild. Und jetzt kann sie es irgendwie da gut finden. Oh, das ist schrecklich. Okay. Schön, dass du hier bist. Es scheint, als würde sich Madeleine darüber sehr freuen. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Für mich war es so, oh, sie ist krass hübsch. Und dann war es auch irgendwie schon so, okay, ich bin voll aufgeregt. Gut siehst du aus. Danke. Selber. Danke. Die Elsa ist eigentlich nicht so sehr mein Typ. Das finde ich spannend, weil ich hätte gedacht, dass Elsa voll ihr Typ sei. Weil sie ja ganz am Anfang meinte, ihr Typ sei es, wenn jemand so diese maskuline und feminine Energie vereint. Und das, finde ich, passt meiner Meinung nach komplett auf Elsa. Aber hat auf jeden Fall irgendwas an sich, was mich reizt. Ist schlecht. Es wäre jetzt irgendwie doch sehr spannend gewesen, wenn Daisy noch im Haus wäre. Okay. Tschüss. Tschüss. Ich finde es gerade richtig krass, dass du hier sitzt. Ich bin echt so. Aber gut. Vielleicht war Madeleine auch so ein Fan-Girl von Elsa und jetzt sitzt die da. Oder nicht gut? Gut. Ja? Sehr gut. Okay, gut. Mhm. Habe ich noch eine Chance? Dich kennst du? Ja. Ja? Mhm. Gut. Mehr will ich nicht wissen. Okay. Also, es war schon sehr flirty zwischen uns. Beziehungsweise einfach die Blicke waren intent. Das ist genau das Gleiche, was Daisy halt auch immer gesagt hat, ne? Okay, sagt deine Love-Language. Lustig, Leute, weil ich frage das auch immer, um herauszufinden, ob Leute Körpernähe mögen. Okay, was denkst du? Wenn die dann sagen, ne, Physical Touch ist für mich gar nichts, was ja valide ist, dann weiß ich, das wird dir nichts. Was denkst du? Ähm, ich sag Böbelrunk. Physical Touch, Leute. Und deine? Also, was ich so gehört hab, so vom Feedback, dass ich extrem viel Nähe brauche. Ja? Ja. Warum bist du dann so weit weg? Okay, ich komm. Oh! Ja. Also, ich hab natürlich schon, während wir da saßen, drüber nachgedacht, ne? Küssen wir uns und so? Also, ich war auf gar keinen Fall abgeneigt. Also, wir wissen natürlich nicht, ob jetzt was rausgeschnitten wurde, aber so richtig inhaltlich gab es jetzt nicht so wirklich viel. Aber the tension is there. Krass. Also, für mich wirkt das auch so, als würden die sich schon kennen. Also, als hätten die sich da nicht das erste Mal getroffen, weil Madeleine auch so gar nicht so richtig überrascht war. Also, vielleicht wurde es auch rausgeschnitten. Das ist irgendwie kein, wie heißt du oder so. Also, das wurde vielleicht auch rausgeschnitten, ne? Aber irgendwie wirkt es nicht so, als würden die sich das erste Mal sehen. Wisst ihr, was ich meine? Oh, dann war ich nervös. Ja, ich glaube, einmal ist natürlich Elsa sehr gesegnet mit Pretty Privilege, ne? Sie ist eine sehr attraktive Frau. Dann ist sie nach außen zumindest sehr selbstbewusst. Oder wirkt sehr selbstbewusst. Und sie kann schon flirten, aber gleichzeitig ist sie auch teilweise so ultra cool und distanziert. Und ich glaube, dass das viele catcht. Weil sie damit auch so eine Besonderheit kreiert um sich herum, ne? Irgendwie hat sie mich so aus der Fassung gebracht, weil einfach eine krasse Ausstrahlung und dieser flirtige Augenkontakt und dann dieses riesen Lächeln. Also, ich habe auch ein wunderschönes Lachen. Ist was du da? Okay. Ist was du da? Nee. Du? Ja. Nur so? Ich glaube, das heißt Manora oder so. Ja, und jetzt geht's los, Leute. Also, es tut mir so ein bisschen leid für die, die das jetzt hier performen. Weil ich finde, es ist einfach so krass unpassend irgendwie für diese Situation, weil es so reingequetscht wirkt. Als würde man so unbedingt jetzt, ja, was Kulturelles hier einfügen wollen. Aber halt an so einer random Stelle, weil ich, ja, keine Ahnung, Leute. Es ist irgendwie ganz weird, auch wie die zwei halt darauf reagieren, so. Ich weiß nicht, ob es einfach nur mein Bauchgefühl ist, aber ich habe das Gefühl, das passt gerade überhaupt gar nicht rein. Und mir tut es wirklich doll leid für die PerformerInnen da. Oh Gott, und die Armen, da stehen die da so und denken so, was machen wir hier eigentlich? Das deutsche Fernsehen hat uns beauftragt. Okay, keiner redet mit uns und jetzt gehen wir wieder. Oh Gott, das ist so cringe! Ja, ich wünschte, ich kann jetzt noch die ganze Nacht mit dir reden. Das ganze Nachtreden holen wir nach. Ja? Dafür, dass es unser erstes Date war, es hätte nicht besser laufen können. Seht ihr, ne? Da wird jetzt schon nach der Hand gegriffen. Darf ich mal hier so? Ja. Ich finde, Beintatch ist sehr nice. Kann ich mir da ja nochmal genauer angucken. Ah ja, okay. Für die Tage. Okay, vielleicht gehe ich mal schwimmen vor dir. Ja, dann tschüss! Was? Hä, Daisy Who? Also der Kuss mit Madeleine war irgendwie direkt so intensiv. Es hat sich nicht so angefühlt, als wäre es der erste. Elsa kam, sah und siegte, würde ich sagen. Hör mal, Leute! Was geht hier eigentlich ab? Alles raus, guck mal, Leute. Zurück in die Villa, Leute! Da versuchen zwei, sich zurückzuhalten. Süß sind die beiden, Leute. Süß! Ich habe auf jeden Fall einen Crush auf Rachel. Ich fühle mich verstanden, wenn ich neben Rachel bin. Ich fühle, dass sie mich sieht. Ich glaube, die beiden wollen sie jetzt nicht ausreizen in der Villa, ne? Weil die haben sie ja schon geküsst. I mean, go for it! Ich glaube, ich sehe sie auch. Und das finde ich schon nicht so einfach zu finden. Ey, ich bin so gespannt, wer hier gleich ankommt. Wissen die jetzt, dass hier jemand Neues kommt, ne? Also wir haben schon gemeint, so ein bisschen Mask. Bestimmt mega hot. Mask heißt einfach, dass jemand eher so maskuline Attribute, die so als maskulin angesehen werden, nach außen trägt. Dann geh ich nach Hause. Dann geh ich. Oh Mann, Leute! Ja, das wird mir dann irgendwann zu... Ich glaube, Nathalie hat nicht so eine hohe Frustations-Toleranz-Grenze, Leute. Hallöchen! So, dann kommen sie an. Beide. Gemeinsam. Oh mein Gott, Leute. Ich bin so gespannt, wie alle reagieren werden. Die kennen die ja auch safe alle. Die waren in der ersten Staffel im Finale. Die haben doch alle den Princess Charming geguckt, wenn die sich da bewerben. Alter, ich wusste es! Ich wusste es! Kim! Grüße! Oh Diggi, dein Ernst? Merkst du selber, oder? Das haben die doch safe von einer anderen Szene reingeschnitten. Wird richtig anstrengend. Begeisterung! Interessant. Jetzt wird es aber interessant. Fehlst mir noch als Konkurrenz. Schluck, was soll ich dazu sagen? Aber egal, ich mag Konkurrenz so, ne? Ja, das haben wir ja in der ersten Staffel schon gesehen. Elsa ist auf alle Fälle sehr kompetitiv. Ich glaube, dass Elsa auf jeden Fall Madeleens Typ ist. Elsa ist eine schöne Frau. Ich glaube, dass die mich auch als Konkurrentin wahrgenommen hat. Ja, ich finde auch so vom Auftreten und der Art her sind die beiden schon ähnlich. In diesem Coolness-Ding und so, ne? Das ist der Vibe, den ich von beiden so kriege, der ist schon ähnlich. Ihr kennt euch ja jetzt schon. Passt gut auf Elsa auf. Auf jeden Fall. Nehmt sie mit offenen Armen auf. Sowieso! Elsa wirkt natürlich auf den ersten Blick sehr reserviert und distanziert auf alle Fälle. Es war komisch. Alles starb mich an und ich bin so, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich alles davon einordnen soll. Und es ist so spannend, weil sie irgendwie in den Einzelinterviews ganz anders wirkt. Da ist sie so ein bisschen wärmer und zugewandter, aber so in der Gruppe. Aber klar, die kommt da an und ist neu. Das ist natürlich auch eine krasse Situation. Wie war es denn in dein Date? War schön. Wann sind die Begespräche? Ja, ne? Ja. Schön. Neul Dieb. Alles andere ist doch langweilig, oder? Ich habe irgendwie kein Vertrauen zu diesen Personen bis jetzt. Ich kenne die noch gar nicht und ich finde so ein Kurs ist was super Intimes. Und ich erzähle es ja nicht direkt jedem. Irgendwie, ich konnte es noch nicht sagen. Es hat sich nicht richtig angefühlt. Oh, Elena ist ja gar nicht mal so begeistert von Elsa. Was soll ich sagen? Ich habe sie jetzt auch das erste Mal gesehen. Und? Was sagst du? Süß. Ne? Würde ich auch sagen. Ich kriege jetzt erstmal eine Führung. Ja, viel Spaß. Also ich will irgendwie nach Hause. Spaß. Oh, Leute, ey. Die Dynamik, die Dynamik. Es verändert sich gerade, ne? Also ich hätte mich über Lou mehr gefreut, sage ich mal. Ich habe lange Haare, das ist mein Vorteil. Das ist mein Vorteil. Wenn ich, darf ich wählen? Ganz klar, du hast Charakter einfach so. Ja, ich kenne sie nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Ja, aber ganz ehrlich, der erste Eindruck ist, also ich will nicht judgen oder so. Aber tut sie halt trotzdem, ne? Du kannst dich eigentlich entspannt zurücklehnen. Flirtet Elena da vielleicht auch eventuell einfach gerade mit Natalie? Ich finde halt immer so ein bisschen, wenn ich Komplimente geben will, muss ich dafür keine andere Person runtermachen. Man kann das Kompliment auch ohne das Runtermachen formulieren. Ich weiß natürlich auch nicht, wie das Date zwischen Madeleine und Elsa jetzt lief heute Abend. Und wie schnell Elsa tatsächlich reinkommt. Ich glaube, Natalie ist jetzt richtig abgefuckt irgendwie. Keine Ahnung, keine Ahnung. Willkommen. Weißt du welches Bett? Das hier. Interessant. Warum? Ich bin hier. Ja, sehr gut. Sie hat ehrlich gesagt, nee. Zieht Alena da ihr Bitter weg? Krass, die hat ja irgendein Problem mit Elsa, ne? Ich brauche meinen Space. Ach hör mal, jetzt knutschen sie doch die zwei süßen Mäuse. Oh, wen haben wir denn da? Oh Gott, sind die knuffig. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich finde, der Kuss war sehr süß, so sehr liebevoll. Und es war irgendwie auch ein schöner Moment und einem schönen Ort und einem schönen Setting. Und irgendwie sehr, ich fand ihn sehr romantisch. Leute, ich habe eine kleine Gänsehaut, ne? Ich habe eine kleine Gänsehaut gerade, weil ich das so cute finde. Du Süße. Du Süße. Du Süße. Du Süße. Es ist jetzt mittlerweile einfach klar, dass das auf jeden Fall schon eine deutlich stärkere Bindung ist, als es zu Madeleine der Fall wäre. Und dann war jetzt klar so, dann ist das hier wirklich, macht es keinen Sinn, hier zu bleiben. Die passen aber irgendwie auch voll gut. Ah, Leli, ist sie nicht Buddhistin? Also ich bin gut drauf. Das freut uns noch Elsa. Ich fühle sie halt tatsächlich voll mit Nina. So vom Typ her, vom äußerlichen. Aber auch mit Elsa. So eher dieser androgrüne Typ-Look. Finde ich, steht ihr an ihrer Seite besser. Finde ich halt auch. Und deswegen bin ich so ein bisschen unsicher. Finde sie dich gut, gell? Finde sie schon toll, ja. Das ist ja auch praktisch. Ich kann das noch nicht so richtig ausdrücken. Ich bin so ein Gefühls-Legastheniker. Wenn ich Madeleine sehe, ist schon so ein kleines Bauchkribbeln da, ja. So ein kleines Schmetterling vielleicht, ja. Ich finde das so schade, dass man so Fem und Fem nicht so gern zusammenbringt. Weil das funktioniert halt eben auch, ne. Also man braucht nicht eine Fem und eine Maske, um das zusammenzubringen. Geht auch, aber du, die Serietypen machen auch hier nicht Halt. Es gibt ja einen Kuss, den machst du einfach, weil du Bock hast, weil du geil drauf bist. Oder es gibt so einen Kuss, der geht ja schon so Richtung Bauchregion. Nein, das war nicht so ein fickriger Kuss. Das war schon intensiv. Ich habe sie auch so festgehalten, das war schon intensiv. So am Arsch. Kim! Nee, ist am Rücken. Der Arsch ist noch der Boden. Ich bin, ey, ohne Scheiße, wenn ich hier rauskomme. Hier ist man so angeböhrt, gell. Angeböhrt? Was auch immer das heißt. Untervögeln, angeböhrt. Geil, das nehme ich schon in meinen Duden auf. So, genieße die letzten Stunden. Vor allem Königreich, dem Queer-Königreich. Ach, jetzt erst fängt's. Schön. Schön nochmal einen reinstellen. Mitnehmen, was geht. Jetzt fängt erst das Schöne an. Warum? Für die anderen, oder? Für uns. Wir wollen auf jeden Fall heute während der Happy Hour mit Madeleine reden. Oh, mein Herz. Erst eine Woche. Was? Was? Eine Woche. Erst eine Woche kennen wir uns. Naja, das ist doch auf Lesbos ist das doch quasi drei Jahre. Da kann man doch schon mal übers Zusammenziehen denken, ne? Sick. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, ist das süß. Ich würde sagen Experiment Princess Charming geklückt. Und so kann's laufen, Leute. Deswegen lieben wir doch diese Sendungen. Denn es ist alles möglich. Und das macht's auch wieder ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Wir wollen Charming Girls auf alle Fälle. Ich habe mich auf jeden Fall verguckt, ja. Und wisst ihr, wer jetzt ein Einzeldate bekommt? Jess. Ich freue mich auf dich. Die Jess. Ja, guck mal, was passiert, ne? Damit hätte ich tatsächlich gar nicht gerechnet. Und es freut mich irgendwie. Und dann ist ja heute doch noch was passiert. Der Kampfgeist ist geweckt. Ey, du hast gestern das Date... Na und? Wie geht ein Target-Date, Alter? Doddy, ey, da kann ich genug kriegen, ne? Ich bin jetzt im Gewinn, ne? Natürlich, für was sonst, ne? Heute werden hier andere Seiten auf, jetzt zu oben. Ich glaube, das meint sie sogar ernst, ne? Ich bin ehrgeizig. Ich gewinne gerne. Wer macht das nicht so? Wer ist gerne ein Verlierer, ganz ehrlich? Naja, aber halt nicht um jeden Preis. Aber, ähm, ich glaube, ich habe mich so ein bisschen verändert. Ich weiß, was ich möchte. Ich achte viel mehr auf meine Gefühle. Und ich habe andere Felder in meinem Leben, wo ich gewinnen kann. So, in der Liebe kann man nicht gewinnen. Ja doch, in der Liebe kann man ja nur gewinnen, oder? Danke dir für die Einladung. Oh, 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 oh. Schick dich so aus. Danke. Guck mal, da haben die so ein schönes Strand-Date zum Sonnenuntergang. Das gelobe ich mir doch. Ach, das wäre mein Traum, Leute, ne? Mehr braucht es nicht. Als wäre das so voll basic. So zwei Couches am Strand, dann noch so Snacks, Obst und Cocktails. Einen freshen Cocktail, dann noch so Blumen. Oh, das ist toll. Ich will das. Schöner Setting, so Sonnenuntergang, du liebst Romantik, also was immer mehr. Ja, bist du so eine Romantik-Mensch? Aha, Jess ist also sehr an den Bedürfnissen der anderen Person orientiert. Weil im Endeffekt, sage ich euch ganz ehrlich, wenn die andere Person das nicht mag, dann bin ich ja trotzdem romantisch, wenn ich das mag. Also, wisst ihr, ist man ja trotzdem eine Romantikerin. Das mache ich doch nicht abhängig vom Gegenüber. Bin ich ja trotzdem romantisch. Kommt auf den Menschen drauf an tatsächlich, was die Person für Bedürfnisse hat. Aber ansonsten mag ich auch so Kleinigkeiten wie so Adventskalender machen oder so. Ja. So mit deinen Lieblingssocken oder so aufmerksame Sachen, wo du vielleicht gar nicht ahnst, dass ich es weiß. Und so kleine Überraschung heißt. Ja. Love-Language-Gift lieb ich ja auch total, habe ich gemerkt. Das grüßt du so. Meinst du nicht? Bist du nervös? Ein bisschen. Ja? Mhm. Vielleicht könnten wir uns ja zusammen irgendwie so hinsetzen, dass wir zusammen aufs Meer gucken. Soll ich mich da raufspringen? Ja, komm rüber. Toll. Fühlst du dich wohl? Ich fühl mich neben dir sehr wohl, ja. Ja. Wie fühlst du dich? Auch sehr wohl, ja. Mhm. Das ist doch die Hauptsache. Guck mal, da kuscheln die jetzt schon. Ich finde es auch schön, dass du so ein körperlicher Mensch bist. Ich bin das nämlich auch komplett. Ja. Mhm. Doch, ich bin auch beim Shopping, egal was wir machen, du wirst immer eine Hand von mir irgendwo haben an dir. Ja, so. Okay, das kann auch ein bisschen bedrohlich klingen jetzt, ne? Aber in der Anfangszeit bin ich schon sehr körperlich, glaub ich. Ja? Mhm. Und dann lässt du nach, dann bist du so... Nee, wenn ich dich dann hab, dann lass ich das auch. Echt? Nee, natürlich nicht. Raus. Ich mag voll gerne, wie du guckst. Wie guck ich denn? Du kannst mit deinen Blicken schon ausstrahlen, worauf du gerade Bock hast. Und gerade. Jetzt gerade ist es ein bisschen schwieriger. Jess traut sich aber nur nicht zu sagen, was sie denkt. Sie denkt nämlich bestimmt, du willst mich doch küssen. Echt? Ja, weil ich auch ein bisschen nervös bin natürlich. Mhm. Aber ich würde mir natürlich wünschen, zu wissen, was du da gerade möchtest. Ich finde die Grinsen auch richtig süß. Vor allem, du hörst auf, so ein bisschen nachzudenken in dem Moment. Ja, das ist schon eine cute Maus, die Madeleine. Was denkst du denn? Ich würde dich schon gerne küssen, tatsächlich. Ja? Ja, wie geht's dir da? Kannst du mal machen, oder? Kannst du mal machen. Leute, also diese Folge wieder geknutscht bis zum Get No. Ich bin auf jeden Fall gerade glücklich. Ich bin einfach nur glücklich. Ich hatte eine richtig schöne Zeit mit ihr. Ich mag sie sehr gerne. Und das hat das heute nochmal gefestigt. Und das könnte auch in eine gute Richtung gehen. Ich hätte jetzt gerne diesen Cocktail. So einen kleinen Pina Colada. Wusstet ihr, dass dieser Song eigentlich übers Fremdgehen geht? Entschuldigung, random Informationen, die keiner erfragt hat. Sehe ich dich nochmal wieder, oder nicht? Nein, das hast du nicht. Doch, du siehst mich nochmal wieder, ja. Ja? Mhm. Ja, nachher spätestens, ne? Ja. Wohl oder übel, ne? Ich hab ja nicht wirklich eine Wahl. Schalten Sie wieder ein, das nächste Mal. Wenn im Hause Kasa Karlsson auf dem Kanal Silvie Karlsson wieder unnötige Informationen verbreitet werden. Das Abernummer lohnt sich in jedem Fall und ist auch kostenlos. Gott, ich red vorhin noch von Cringe, ne? Du kennst den Weg. Ich kenn den Weg. Ich bin gespannt, wie du gleich aussehst. Ja, ich bin gespannt, wie ihr ausseht. Ich bleib einfach so. Ja, das ist eine süße Kombi, aber irgendwie... Um die Frage vorwegzunehmen, die du gerade schon dreimal gestellt hast. Ja, es kam zum Kurs. Weiß ich nicht so richtig, ob das ein 100% Match ist, weil Madeleine noch so ein bisschen... Verhalten, finde ich, wirkt, aber kann ja auch noch werden. Die ist aber ne Schlotzmaschine, die Madeleine. Jetzt nervt halt man nicht so mit der Nachfrage hier. Aber gut, also küssen kann sie auf jeden Fall. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Eison wird langsam ungeduldig, ne? Die denkt sich, was soll der Scheiß? Wann krieg ich meinen Kuss? Ja, und für Nathalie bedeutet das Folgendes? Der Druck in mir wird schon größer bezogen auf Madeleine, weil ich natürlich mitbekommen habe, dass die anderen schon mehr Körperkontakte hatten als ich. Ja, und ich glaube, das macht ihr doll Druck, weil sie halt den Kuss abgelehnt hat. Cheers to the Queers! Stößchen aufs Möschen! Hello, hello! Hello, hello, na? Elsa fallen ja mal fast die Augen raus. Ich freue mich sehr, wenn ich Madeleine sehe und ich habe mich heute auch sehr gefreut, dass sie mir zuallererst Hallo gesagt hat. Die Farbe steht jetzt sehr gut. Dankeschön, dir auch! Na, Nathalie gibt jetzt Vollgas. Ach so, Moment. Ich habe gesagt, jetzt muss ich jagen. Warum muss sie denn jetzt jagen? Ich finde diese Begrifflichkeit auch einfach schwierig, ne? Weil das impliziert ja, dass es eine Beute gibt, die man erlegen muss. Du siehst richtig, richtig schön aus. Danke. Ja. Ich habe mich auf dich gefreut heute. Ja? Wirklich? Ja. Ich habe mich auf dich gefreut. Echt? Ich finde, beide verunsichern sich gegenseitig. Madeleine hat einfach eine krasse Ausstrahlung. Also Madeleine ist irgendwie mega sexy. Beide so echt? Wirklich? Ja? Also es ist immer noch so, man glaubt irgendwie nicht so richtig, was die andere Person sagt. Muss nochmal nachfragen und sich absichern, stimmt das jetzt wirklich? Echt? Ja? Wirklich? Super so. Eifersucht gehört für sie dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt dazu gehört. Kann vielleicht mal passieren, aber es würde jetzt nicht hier in mein Must-Have-Paket mit reinkommen müssen. Du siehst immer voll perfekt aus. Du schwitzt gar nicht im Gesicht, ne? Doch, ich schwitze. Echt? Ja. Richtig? Ja. Wo denn? Ja, wo denn? Überall. Zu schüchtern oder was? Nee, nee. Kriegst du den Mund nicht auf? Doch. Ich krieg den Mund auf. Kriegst du den Mund nicht auf? Vielleicht ist Nathalie einfach extremst unsicher, aber ich finde, so wie sie das alles sagt, ist auch extremst ungeschickt und auch nicht so charmant, ne? Also kriegst du den Mund nicht auf? Uff, 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 uff. Zurück hin. Kannst du mit den anderen quatschen. Okay. Sie muss immer die Kontrolle haben, ne? Die Leute, ne? Also gerade ist bei mir so, ich sag's euch ehrlich, in mir geht so ein Warning System an und sagt so, mhm, Nathleen, be careful. Okay. Ich find das super Spannung zwischen uns. Du siehst mega gut aus. Hm? Du siehst mega gut aus. Es ist auch nicht negativ unbedingt auf Nathalie zu münzen, ne? Es ist ja auch eine Dynamik immer zwischen zwei Menschen, die entsteht, die bei anderen Leuten gar nicht so sein muss. Aber irgendwie ist es gerade auf alle Fälle weird, weil so eine Kontrolle irgendwie so ausgeübt wird. Und ich glaube, so dieses Vorangehen auch so aus einem Druck kommt von, ich hab den Kuss abgelehnt und jetzt sind die anderen vielleicht an mir vorbeigezogen. Und Madeleine könnte mich doch nicht mehr so toll finden. Und es ist irgendwie so ein Zusammenspiel aus diesen verschiedenen Faktoren. Und dann macht Nathalie so Kommentare, die irgendwie so unsicher auf der einen Seite wirken, auf der anderen Seite so super cool und distanziert und dann so. Und auch mit diesem Jagen so ein bisschen objektivierend, finde ich auch. Muss sie natürlich nicht bewusst machen. Aber ich bin gerade so ein bisschen... Ah! What is happening here? Hab Lust auf mehr, aber ich find's auch irgendwie geil, so ein bisschen abzufahren. So, die Lilly ist jetzt an drei. Boah, dacke gehen. Wie geht's dir? Ganz gut. Ja? Ich bin jetzt irgendwie so niedrig, ne? Und schon wieder diese Mimik, ich leb's doch. Hallo. Ich find's einfach toll, wenn eine Frau nichts wirklich verstecken kann. Also man kann in Lillys Gesicht alles irgendwie ablesen. Also irgendwie, das ist einfach super. Das ist einfach total authentisch. Ich glaub, das ist der Punkt. Lilly ist authentisch. Man hat das Gefühl bei ihr, das, finde ich, gibt eine Sicherheit. Sag ich euch, Leute. Ich wollte dich noch fragen, was so deine Love Language ist. Das ist ein Ding, ne, mit dieser Love Language. Ja, auch bei mir. Aber was ist denn eure Love Language? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Seht ihr, jetzt haben wir auch die Kommentarfrage. Fun-Fake, Leute. Ich hab das sogar in meinem Hinge-Profil stehen, was meine Love Languages sind. Vielleicht muss man's auch kurz mal erklären. Es gibt 5 Love Languages, Leute. Es gibt Physical Touch, es gibt Words of Affirmation, Gifts, Quality Time und Service. Diese 5 gibt es. Das ist nichts wissenschaftlich überprüftes, ne? Also das möchte ich nur mal sagen, weil sonst hab ich diese Kommentare wieder unten. Das ist was, was man, glaub ich, mit nem Augen zu sehen kann, betrachtet. Physical Touch, Words of Affirmation, das sind meine zwei Haupt-Love Languages. Aber ich liebe trotzdem auch Quality Time und auch Gifts. Dachte ich ja vorher auch nicht, ne? Aber ich finde es total schön, so Kleinigkeiten mitzubringen. Und wenn die anderen auch gar nicht damit rechnet. Oder vielleicht auch was zu basteln und das zu schenken. Ich liebe das. Und Service finde ich auch cool, aber das erreicht mich halt wirklich irgendwie nicht so. Also ich denke so, danke. Das ist ja nett, dass du für mich einkaufen gehst oder mir die Lampe anbringst. Das ist nett. Aber es toucht mich nicht. Das berührt mein Herz nicht. Also ich möchte jetzt eure Kommentare lesen, ne? In der nächsten Folge kommt dann die Auswertung. Welche Love Language hat diese Community hier? Das möchten wir doch alle wissen. Bitte, Leute, the stage is yours. Bei mir ist auf jeden Fall so Physical Touch. Ich kann mir bei dir aber auch vorstellen so Words of Affirmation oder wie man es nennt. Also halt so, dass man so Sachen sagt. Bei mir ist tatsächlich Physical Touch. Ja. Ja, das ist so die Stärkste. Oh, gerne. Ist das bei mir? Ja, ist bei mir auch so. Ja. Dann kann man direkt näher rücken. Fühlst du dich wohl? Ja, sehr. Und du? Was ist denn das mit diesem Wohlfühlen? Das hatten wir ja vorhin schon wieder. Das löste mir Dinge aus. Ich weiß, es ist eine super schöne Phrase, Leute. Aber ich muss doch immer an die letzte Staffel denken. Ich hätte lustig zu küssen. Ja? Das ist doch die Knutsch-Folge, Leute. Did we kiss cause it was dark? Und alle anderen kriegen es mit, ne? The pressure is on. Oh mein Gott, die knutschen grad rum. Was? Lilly und Maddling knutschen grad rum. Nee, ey. Kein Bock mehr. Oh, nee. Ich fand die Situation heute super cringe. Aber warum? Aber ich glaube, ich gucke auch aus einer anderen Perspektive als die anderen. weil ich halt vorher dieses super romantische Super-Date hatte. Naja, man muss seine Chancen nutzen, ne? Klärmaschine, Klärmaschine. Darf ich mit mal dazu setzen? Ja. Kim, meine Güte, ey. Hat sie nicht gesagt. Kim hat wirklich das Talent, in den unpassendsten Momenten aufzukreuzen. Okay. Dann, ihr könnt euch ja nochmal vielleicht bequem. Ja, das ist echt unbequem. Wollen wir bei einer? Ja, voll gerne. Ja. Die sind immer so lustig wie immer, so am Gucken sind, wie ist grad die Lage so. Kim wirkt irgendwie so super unglücklich, Leute. Ja, ich hab so versucht irgendwie ein bisschen locker zu sein. Aber fühlst dich dann grundsätzlich gut so. Du hast ja schon jetzt so ein bisschen deine Favoriten auch hier, oder? Hab ich? Ja, schon. Ja? Ja, schon. Warum denkst du das? Ja, also ist ja schon ein bisschen offensichtlich, oder? Aber ist ja auch voll in Ordnung so. Ich mein, die einen gehen halt mehr ran, die anderen lassen sich halt ein bisschen zeigen. Hallo! Ja, du kannst gerne dazukommen. Kim, nein! Own your fucking space! Natalie ist auch schon wieder da, Leute. Darf ich mich dazusetzen? Ja, gerne. Ich geh mal. Und Kim direkt so, ich geh jetzt einfach wieder. Echt? Wohin? Ich geh mal runter wieder. Also quatsch dir ruhig mal. Geh mal runter. Tschüss. Das war's dann auch schon wieder. Quatsch dir doch ruhig mal. Ich wollte eigentlich hier sitzen, aber du, meine Bedürfnisse, das ist doch egal. Nicht dein Weib, ne? Ja, Elsa hat man jetzt auch irgendwie länger nicht mal gesehen. Die hängt auch nur drinnen ab scheinbar. Abgefucktes Game. Das hört sich so überrascht an. Fühlst du dich nicht so gut heute? Ist einfach... Ich weiß auch noch nicht, wie es ist. Aber ist es anders in irgendeiner Woche? Ist genauso abgefuckt wie damals. Hab's vergessen, wie schlimm es ist. Ich reim mich da nicht ein. Ich hab keinen Bock, mich irgendwo anzustellen und mit ihr zu reden. Keine Lust drauf. Im Endeffekt kennt sie Madeleine ja noch gar nicht, ne? Also... Ich hasse diese Situation. Ich stell mich nicht an für irgendeine Frau. Nummer 10, bis ich mal mit ihr reden darf. So, das gibt es in meiner Welt. Ich hab keinen Bock drauf. Ehrlich nicht. Ich find halt, irgendwie hat das so eine Bockigkeit, diese Aussage. Weil... Man kann da ja irgendwie auch einfach eine gute Zeit draus machen. Mit den anderen Leuten, die da drin sind. Und dann kann man ja gucken, ob sich's ergibt. Man muss sich ja nirgendwo anstellen. Wir wollen dir was sagen. Wir sind fremiertig. So, unsere zwei Süßmeise. Maria und Rahel. Von euch Marielle genannt. Die packen jetzt aus vor Madeleine. Was haben wir dir? Ähm, genau. Also ich glaube, wir haben beide so ein bisschen für uns erkannt, dass... Wir mögen uns. Maria ist so geiler, die so... Jetzt nicht so lange um den heißen Breireden raushauen. Der so knallert! Und die Situation ist natürlich viel entspannter, weil, wie gesagt, noch keine romantische Verbindung oder so zu Madeleine besteht. Also erstmal, vielen Dank für eure Ehrlichkeit. Das weiß ich wirklich sehr, sehr, sehr zu schätzen, ohne Scheiß. Also ich muss das natürlich erstmal ein bisschen verdauen. So ist natürlich klar. Aber... Ganz, ganz, ganz aufrechtig freue ich mich für euch. So eine schöne Reaktion. Und... It's wholesome. Ich freue mich, dass ihr... Ja... Dass ihr euch so ein bisschen vielleicht gefunden habt. So und Nathalie will jetzt nochmal ran. Möchtest du nochmal Angriff machen? Ich ques es nicht. Oh, it's too much. Do what you feel. Das ist eine diplomatische Antwort. Madeleine? Oh, Moment. Ich hatte das... Ist schon ein bisschen aufdringlich, kommt es mir vor. Aber Madeleine muss das für sich einschätzen, ne? Heute ist der Angriff, ne? Bitte? Heute ist der Angriff, ne? Ja, du bist hier am Anreichen, glaube ich, ne? Ja. Vor allem dieses Angriff. Ich komme ja mittlerweile schon fast so vor, als wären wir bei Ex on the Beach. Nathalie ist voll assi. Jetzt mal ganz kurz. Boah, das ist halt so voll... Ja, ich höch... Aber es ist... The Game? Ja. Aber weißt du, das ist auch... Das ist die Unsicherheit von Nathalie, weil... Sie muss jetzt nachholen, hat sie gesagt. Ja. Und deswegen... Sie merkt jetzt, sie hat mir so... Vielen jetzt geknutscht. Ja. Ich hab gesagt, ich geh jetzt nochmal hin, weil ich möchte dem nahe sein. Mhm. Du hast das gefühlt, ne? Ja. Aber ich finde, sowas kann man ja auch einfach aussprechen, ne? Also... Anstatt dann irgendwie so ein Spiel zu spielen. Ihr könnt ja sagen, ey, ich hab das Gefühl, ich bin irgendwie hinten dran, weil wir haben nicht geknutscht, weil ich mich dafür noch nicht bereit gefühlt habe. Ich fühle mich verunsichert. Und ich glaube, viele Menschen machen das nicht, weil sie denken, das wäre zu viel. Aber das, genau das würde ja emotionale Nähe kreieren. Und auch ehrlich sein und transparent. To stand. Ich will dich küsse mal nicht mehr auf den Schuss. Ich will dich nicht küsse mal nicht mehr auf den Schuss. Du bist nicht küsse mal nicht. Ich will dich nicht holen, schütze. Man merkt total, dass Madeleine immer sehr auf die Bedürfnisse ihres Gegenübers eingeht. Also sie ist da sehr krass empathisch. Und da braucht sie natürlich, glaube ich, auch ein Gegenüber, der das nicht ausnutzt, der auch auf ihre Bedürfnisse eingeht. Also das würde ich so sagen. Ich möchte mich nicht so verletzlich machen tatsächlich, glaube ich auch. Also für mich ist halt Körperlichkeit, Intimität und noch mehr Nähe. Und ich hab ein bisschen Angst auch tatsächlich, ja. Sag das doch Madeleine, nicht der Kamera! Du musst aber hier nichts aufs Zwang machen. Ich sehe, dass du dich öffnest, um dich einfach zu schätzen. Ja. Ist gut. Weil da ist so richtig Zip, das was wir sehen. Es ist halt nicht, es kommt nichts raus. Madeleine musste ja quasi fast alles aus der rausziehen gerade. Alle reden jetzt von Konkurrenzkampf und so weiter und so fort. Und ich möchte nicht, dass dann jemand irgendwie sich gezwungen fühlt, irgendwas zu tun, womit sie sich nicht wohlfühlt. Die ist ja wirklich mit Engelszungen redet sich auf Nathalie ein. Richtig sauer, glaube ich. Wer ist sauer? Anna. Du denkst viel zu viel nach. Nathalie, wirklich, ne? Lass Madeleine nicht alleine all die emotionale Arbeit machen. Ich sehe das hier so sehr. Madeleine nimmt alles auf sich. And I don't like that. So und dann jetzt eine kleine Dance-Session für Madeleine. Es war sehr heiß. True that. Black River. In dem Moment muss ich ehrlich sagen, ich habe alles ausgeblendet. Ich habe ihr tief in die Augen geschaut und ich wusste, das war jetzt einfach der perfekte Moment. Ja? Ja? Ohhhh! Ahhhh! Ahhhh! Eis und dachte sich jetzt oder nie. So eine coole Socke. Ich finde es cool, dass sie es gemacht hat. Muah! Rettungssexy. Boah, Schlöcke! Die hat auch Eierstöcke aus Stahl, das vor den anderen zu machen. Finde ich total. So und jetzt kommen wir zur Entscheidung. Und zuallererst verabschieden wir uns von Rahel und Maria gemeinsam. Das ist doch wieder herzerwärmend hier. Ich bin wirklich erfüllt, das geht nicht mehr. Ich bin auch super dankbar. Das klingt abgedroschen, aber ich bin wahnsinnig glücklich hier gewesen zu sein. Da bin ich doch mal gespannt, wo das hingeführt hat. Da wünsche ich denen doch einfach das aller allerbeste. Zwei Süßmäuse. Richtig Süßmäuse. Wir haben sie, Machel, getauft. Oh, wie sich auch alle knoteln. Ich kann nicht mehr. Es ist einfach wholesome. Machel! Jetzt haben die ja einen anderen Namen. Wir haben Marielle. Sie heißen Machel. Kam uns zuvor, Leute. Das ist eigentlich unser Job, ja? Hier in dieser Community. So, kommen wir jetzt nun zu der Person, die leider gehen muss. Bei dir, Kim, merke ich immer, dass du dir voll viele Gedanken machst. Und ich habe nur irgendwie echt Angst, dass du dich echt so wohlfühlst hier. Deswegen muss ich dir heute, glaube ich, leider die Kette abnehmen. Ganz einfach. Alles gut. Kim hat davor auch schon mit dem Gedanken gespielt, ob sie vielleicht freiwillig gehen will. Sagen, ich bin unheimlich dankbar für die Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Ich glaube, ich habe auch nochmal selbst viel über mich gelernt. Und ja, ich bin dann halt unheimlich dankbar, dass ich so viele tolle Frauen kennengelernt habe. Ja, und ich glaube tatsächlich, Kim ist auch ein bisschen erleichtert. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, ich bin jetzt fein damit, dass ich gehe und sagt Tschö. Tschö, Kim! So Leute, wir gucken rein, was nächste Woche passiert. Da wird schon mit Elsa geknutscht. Ich fass es nicht. Okay, jetzt führe ich mich schlecht. Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, juck dich halt nicht, ne? Nee. Hat man schon bei Staffel 1 gemerkt. Oh Leute, oh Leute, oh Leute. Ich krieg immer alles, was ich will. Okay. Wie findest du das, wenn die hier knutschen? Oh nein. Sie das dann? Nein! So, dein Ernst, Natalie? This is crazy. Deswegen müsste ich dir heute die Kette leider abnehmen. So Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin sage ich Tschüss. Bis dahin sage ich Tschüss.